Hey und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Vor ein paar Videos, vor ein paar Wochen, das sage ich immer, wenn ich nicht genau weiß, wie lange es her ist, logischerweise, ja, habe ich einen Gaming-PC gekauft für, glaube ich, 200 Euro und der Wert von dem Teil war ungefähr das Doppelte gewesen. Weil das eben so ein Schnäppchen war, hatte ich in dem Video auch gesagt, ja, da mache ich auf jeden Fall irgendwas anderes mit, nehme da Teile raus, bau da was Neues ein, vielleicht noch Beleuchtung, dies, das, Ananas. Ja, und genau dies werden wir in diesem Video tun, wir schauen uns das an, machen da irgendwas anderes draus auf jeden Fall. Ich glaube, das war halbwegs schlau, könnte mir ja eine Meinung dazu abgeben, wenn ihr Bock habt. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Neben dem AK620 gibt es nun von Deepcool auch den AK400 CPU-Kühler käuflich zu erwerben. Das ist ein modern anmutender und hochwertiger Kühler, der eher auf den Budget-Bereich abzielt. Trotzdem muss er sich mit seinen vier Heatpipes und einer TDP von 220 Watt nicht verstecken. Ein Ryzen 5 kühlt er etwa auf mittlere 70 Grad bei Volllast. Der mitgelieferte Lüfter pustet durch verbaute Fluid-Dynamic-Lager, das sind übrigens die besten, überaus leise und überträgt dank angebrachter Gummis weniger Vibrationen. Links zum Kühler befinden sich wie immer in der Beschreibung. So, nachdem ich mich wieder beruhigt habe, obwohl das hier kommt, glaube ich, in die nächste Folge PC-Building-Blog, also herzlich willkommen. Ich habe gerade diese Platte gehört, ist auch schon der nächste Tag. Ich möchte damit weitermachen. Wer die letzte Folge noch nicht gesehen hat, schau sie dir bitte an, um mein Light zu teilen. Da habe ich unter anderem das Gehäuse gehabt. Das war ja irgendwie so ein 8 oder... Warte, haben wir da 8 oder 16 Kerne? Ich habe das Teil gerade bei eBay inseriert und gesagt, das wäre ein 6-Core. Ich glaube, da stimmt was nicht. Aber ja, mache ich gleich. Auf jeden Fall die Internals da raus und das Gehäuse, weil das, glaube ich, ein bisschen cooler war, weil das Teil seit einem halben Jahr niemand haben wollte, ist ein super großes Gehäuse. Und die, die es haben wollten, den habe ich gesagt, sorry, ich habe dafür keinen Karton. Und dann müsste ich für 16 Euro einen Karton besorgen, wo das Teil reinpasst. Und das wollten die dann wiederum nicht. Und ich wollte es auch nicht übernehmen, weil komm hierhin, holt es ab. Und ja, dann da Grafikkarten, zwei Stück haben sich dann alles kaputt herausgestellt. Das fand ich gestern Abend nicht so lecker. Mit dir soll es dann auf jeden Fall weitergehen. Das Gehäuse kennen wir auch. Da ist ein Ryzen 5 3600 drin. Da waren gerade 8 GB Arbeitsspeicher noch drin. Aber ich weiß gerade aus dem Kopf, dass der Ryzen, glaube ich, gerne 3000 MHz Arbeitsspeicher hätte. Und den habe ich hier nicht mehr. Und weil ich jetzt nicht losfahren möchte, um einen neuen zu kaufen, packe ich da einfach eine etwas ältere CPU rein, damit das mit der Arbeitsspeichergeschwindigkeit zusammenpasst. Damit der nämlich auch mal verwurschtet. Also merke ich, glaube ich, nicht großartig. Aber ich sage, ich möchte gerne, dass das so zusammenpasst. Und wenn die CPU Besseres könnte, irgendwie so out of the box, dann soll das auch so sein. Ich kann mich auch noch erinnern, dass mit diesem Kühler hier, das ist der Boxkühler, der kleine, dass wir da 95 Grad auf der CPU hatten. Das fand ich nicht so toll. Hier befinden sich ein paar Kühler von mir und die passen alle nicht. Beziehungsweise der hier weiß ich, das ist dieser Wraith Spire. Der leuchtet zwar schön, aber der ist, glaube ich, auch ein bisschen laut. Zumindest war er bei meinem Ryzen 9 ziemlich laut gewesen. Und wird hier wahrscheinlich nicht anders sein. Vielleicht können wir es noch mit dem probieren. Das ist nämlich der große Boxkühler. Ja, muss ich mal testen. Genau, da kommt sowieso eine andere CPU rein vielleicht. Ja, muss ich dann schauen. Auf jeden Fall hatte ich die Idee geäußert, eventuell eine Wasserkühlung zu verbauen. Das sind meine Wasserkühlungen. Die habe ich alle in den vergangenen Jahren mal von Zuschauern bekommen. Aber ich habe gerade Angst, dass hier keine Wasserkühler dabei sind, die auf AM4 passen. Weil mir dieser Abstand ziemlich eng aussieht. Das dürfte nämlich nur AM3 sein. Du bist hier komplett OEM. Ach, hier habe ich, glaube ich, schon mal reingeschaut, weil ich es konnte. Genau, weil dann musste ich eh löten und hier und da. Und man kann sowas mit Sicherheit nachkaufen. Da muss ich aber erst mal wissen, welche Modellnummer was ist. Und was bist du? Ach da, okay. Ja, ich schaue da mal eben kurz durch. Ich glaube, ich habe da einen passenden oder einen halbwegs passenden Kühler gefunden. Der hier leuchtet sehr grell momentan für die Kamera. Aber so hell bist du tatsächlich gar nicht. Da haben wir jetzt 65 Grad so. Und ich schätze mal, wenn wir dann im Gehäuse sind, auch mit Lüftern und dann nach einer Stunde vielleicht bei 70, 75. Das ist ganz in Ordnung. Die Grafik hat es auch bei 60 jetzt momentan. Dann werde ich das einfach genauso übernehmen, genauso verbauen. Die Wasserkühlung habe ich hier gerade alle mal angeschlossen, damit die noch mal laufen. Weil die habe ich gekriegt, einmal geschaut, ob sie irgendwas machen, ob es hier kalt wird. Und ja, das wird es tatsächlich. Die kann ich so nicht benutzen. Ich habe gerade für dich ein arm 4 Mounting Kit gefunden für 5,50 Euro mit 4 Euro Versand. Aber da gibt es ein kleines Problem, dass ich das Teil nicht ordentlich hier dann verbauen kann. Es ist nämlich so, dass die Pumpe höchstwahrscheinlich hier unten drin sitzt. Und die Pumpe sollte nie der höchste Punkt sein. Und es würde eventuell sogar passen, wenn die Pumpe hier oben drin ist. Das habe ich jetzt nicht geschaut, aber wenn die Pumpe der höchste Punkt ist, dann sind die Luftbläschen immer dort. Und dann haben wir verminderte Kühlleistung. Und das raschelt dann die ganze Zeit. Wenn ich es jetzt umdrehe und die Pumpe hier unten ist, kann ich die Grafikkarte nicht einbauen. Und wenn das Teil nach vorne kommt, dann könnte es eventuell klappen, würde sich aber eventuell mit der Grafikkarte beißen. Und dann hast du hier den Schlauch so drin sitzen. Das finde ich nicht schön. Deswegen machen wir das bei dir so nicht. Und bei den anderen müsste ich jetzt nochmal schauen. Aber wir nehmen einfach das. Ich glaube, das sieht dann am Ende vielleicht ein bisschen auffallender oder schöner aus. Das müssen wir schauen. Oh, ich muss gleich niesen. Sekunde. Dann kann ich dich mal unterfahren. Na komm. Dann baue ich da mal eben alles aus. Putze das mal eben kurz. Ihr seid echt laut auf 100 Prozent. Solche Pümpchen. Aber muss ja zum Glück auch nicht immer auf 100 Prozent laufen. Das ist ja ganz in Ordnung. Ach ja, mir ist heute Morgen, als ich aufgestanden bin, habe ich nochmal bei eBay geschaut. Ich habe übrigens gerade eine ganze Menge Sachen bei eBay inseriert. Deswegen steht das Handy gerade kurioserweise nicht still. Was man mit einer PS3 möchte, weiß ich zwar auch nicht. Aber gut, wenn man es dann haben will, ist das ja in Ordnung. Da gab es für 10 Euro so ein 128 Gigabyte M.2 SSD. Kommt aus Ebenbüren. Und ich habe morgen Berufsschule. Das heißt, es könnte eventuell sein, dass ich die noch abhole morgen nach der Schule. Und die dann dort einbaue. Ansonsten nehmen wir einfach irgendeine andere SSD hier. Du bist, glaube ich, eine NVMe. Das kann das Mainboard nicht. Aber dann muss ich den Kühler jetzt abnehmen. Ach stimmt, das habe ich zu einem Mini-PC mal dazu gekriegt für ein Review. Würde hier wahrscheinlich auch nicht allzu viel Sinn machen. Dann installiere ich Windows einfach morgen erst und lege dann die SSD erstmal nur da rein. Nur just in case, dass ich die morgen abholen kann. Die Idee ist mir gerade erst gekommen, dass ich das morgen nach der Berufsschule damit verknüpfen könnte. Schlauer Junge. Was ich aber noch sagen wollte, das war tatsächlich der einzige Kühler, der hier in das Gehäuse passen würde. Dieser hier zum Beispiel, der ist zu groß mit einem 140mm Lüfter. Passt auch nicht auf ARM4. Da habe ich da hinten noch zwei Bequiet-Lüfter liegen, die auch nur bis ARM3 unterstützt werden. Oder eben Intel Sockel 115X. Also 1150, 565, 55, 51. Und genauso ist es hier auch bei den Wasserkühlungen. Die haben alle eine Intel-Befestigung. Also bis unter Sockel 1700 läuft das. Aber dann wäre noch die andere Frage, weil die ja auch schon ein bisschen älter sind. Sollte man die noch benutzen? Weil ich ja nicht weiß, wie alt die sind oder wann die gekauft wurden. Und ich weiß noch nicht mehr, welcher Zuschauer was zugeschickt hat. Ich könnte vielleicht nur das Teil noch einem Video speziell zuordnen. Der Rest sagt mir aber gerade wirklich nicht viel. Auch wenn hier noch Befestigungsmaterial drin ist. Aber alles nur für Intel oder eben ARM3 bzw. ARM3 Plus oder ARM2. Mit Wasserkühlung kenne ich mich nicht allzu sehr aus. Aber ich kann mir eventuell vorstellen, dass er ruht durch die Lagerzeit jetzt nicht unbedingt. Aber durch das Alter an sich. Da sind ja auch wohl Dichtungen drin. Oder das Wasser, ne, kann das undicht werden? Sollte man das Kühlwasser da drin vielleicht mal ersetzen? Oder eher nicht so? Was meint ihr dazu? Ich habe da überhaupt keine Ahnung von. Ich habe einfach nur eine All-Omon-Wasserkühlung. Die wird verbaut oder eben auch nicht. So eine Custom-Wasserkühlung habe ich auch noch nie zusammengebaut. Weil ich da bis jetzt auch keinen Bedarf hatte eigentlich. Ja, damit überlasse ich mal den Zeitraffer fürs Zusammenbauen hier von dem Teil. Bis zum nächsten Mal. Ja, dann sind wir, glaube ich, mal damit durch. Das sieht nach irgendwas aus, was funktioniert. Ich habe zwischenzeitlich auch mal das Gitter vorne da rausgenommen. Und hinter dem Gitter ist dann noch so ein Stoff. Da war ein bisschen Dreck drauf. Also habe ich das mal eben sauber gemacht und bei mir auf den Verstärker gelegt. Der weht ja beim Musikhören oder Filme gucken immer schön warm. Und ja, habe ich dann wieder eingebaut. Ist auch so zum Saubermachen. Da war jetzt nicht viel drin. Aber ich finde, das hat man gesehen. Und der Lüfter ist echt immer noch verdammt hell. Habe noch einen weiteren Lüfter da unten reingepackt, weil ich es kann. Ich habe ja tausend Stück. Und da hinten, da muss ich noch schauen, welchen Lüfter ich da nehme. Weil ich dann eventuell einen nehme, den ich entweder direkt am Mainboard anschließen kann oder am Netzteil. Je nachdem, ob man es dann später braucht. Würde ich gerne überprüfen, aber du machst schon verdächtig lange irgendwelche Updates. Ich lasse dich mal am besten. Habe mir dann auch gedacht, eine LED-Leiste kann ja da nicht schaden. Eine würde ich hier unten hinpacken und das sind die für zwei Euro vom Action. Hier war ein normales USB-Kabel dran. Das hat funktioniert. Da habe ich dieses Kabel dort dran gekrimmt. Und das war der totale Horror, weil hier die Ummantelung ungefähr so oder dicker als das Kabel selber ist. Und das funktioniert mit der Krimzange nicht allzu schön. Und jetzt habe ich das Teil angeschlossen und es leuchtet nicht. Ich hatte schon gerade den Verdacht gehabt, dass hier vielleicht eine Lötverbindung gebrochen ist. Weil es irgendwie voll komisch war. Also hier scheint Kupfer drin zu sein. Das verzinnt man einmal. Und das Verzinnte, da lässt sich dann irgendwie kein neues Lötzinn mit hinzufügen. Das tropft einfach vorbei. Also ist das ein sehr miserables Kabel. Und wenn da was gerissen ist, dann müsste ich ja theoretisch jetzt hingehen können und hier ein Kabel rausziehen können. Das ist aber auch nicht der Fall. Das finde ich sehr, sehr komisch. Ah, ich gucke mal mit dem Multimeter, ob wir da was messen können. So, und Temperaturen sagen 70 Grad bei der CPU, 85 Grad jetzt beim Prozessor. Und ich finde es zwar nicht so super, aber das ist wohl in Ordnung. Vor allem, ich war jetzt gerade eben duschen gewesen, irgendwie für eine halbe Stunde oder so was. Das passt, glaube ich, wohl. Das Teil ist hörbar, aber nicht allzu sehr. Liegt vermutlich auch in diesem einen Lüfter, den ich hier hinten dran gepackt habe. Den habe ich immer von einem Zuschauer mal bekommen. Ich glaube, Modellnummer heißt Noise Blocker oder so was. Die sind, glaube ich, gar nicht allzu laut eigentlich. Also auch qualitativ dann wirklich hochwertig. Habe auch geschaut, ob es irgendwie einen Unterschied macht, wenn ich hier oben Lüfter dran packe. Aber dann entsteht hier so ein gewisses Vakuum im Gehäuse. Und das ist nicht gut. Deswegen lasse ich das so. Da kommt so ein bisschen warme Luft manchmal raus. Ja, passt wohl. Sonst noch was? Nö, eigentlich nicht. Ich muss noch diese Folie hier abziehen. Das hat der Vorbesitzer auch noch nicht gemacht. Deswegen lasse ich sie erst mal dran. Dann kann ich nur sagen, ja, so lange wurde das Gehäuse ja gar nicht benutzt. Ist ja sogar noch die Folie drauf. Ich schreibe einfach nur jetzt die Folie drauf, bevor man da was Falsches denkt. Und, ne? Boah, es ist aber auch verdammt hell, mein lieber Mann. Hauptsache die Kiste leuchtet, ne? Ja. Dann werde ich jetzt mal hier meine Lüfterkiste wieder einräumen. Jedes Mal sieht das so aus, wenn ich einen Lüfter gesucht habe. Ich kann die aber irgendwie nicht besser lagern. Oder besser gesagt, suche ich dann immer verschiedene Lüfter und der eine hat dann Beleuchtung, wo ich mir denke, ja, noch mehr Beleuchtung. Nee, brauche ich jetzt wirklich nicht. Und hier und da und dies und das. Ich habe die auch mal versucht zu sortieren, aber klappt nicht ganz. Und warum liegt da ein Netzteil? Das habe ich nie gebraucht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal ein Gehäuse hatte, wo es tatsächlich ein Vakuum erzeugt oder wo ein Vakuum erzeugt wurde, weil zu viele Lüfter drin waren. Ich hätte echt gedacht, auch vorne so die Front, die war ja schon relativ groß und, ne, dass da wohl genug Luft durchkommt. Aber wenn sowas euch mal wieder fährt, man kann übrigens auch dieses Stoffzeugs, was da drin war, Kunststoff oder so, halt, könnte auch sein, man könnte auch sagen, das ist ein ganz dünner Schwamm. Das kann man auch rauslassen. Und da kommt auch mehr Beleuchtung dadurch, wenn man das eventuell vorhaben sollte. Wenn dann gar nichts an Staubfilter so da drin ist, ist das auch doof. Es gibt ja diesen Strumpfhosen-Trick, dass man das da vorpacken kann, aber ich habe keine Strumpfhosen und, ne, das bleibt einfach so. Das passt ja auch so. Und ja, ich sage ja immer, ja, wenn man den PC komplett auslastet, wann passiert das beim Spielen? Also beim Spielen ist wahrscheinlich die Grafikkarte eher komplett ausgelastet als der Prozessor. Es gibt auch Gegenbeispiele, aber so heiß wie da, glaube ich, passiert das auch nicht unbedingt immer. Und wenn wir jetzt in Richtung Upgrade oder beziehungsweise Umbau schauen, Upgrade war es ja nicht, weil nicht alles wirklich besser geworden ist, hatten wir zuvor einen Ryzen 5 5600, ein A23M Board, 8 GB Arbeitsspeicher im Single Channel, ein 550 Watt Netzteil von der Aerocool. Dem vertraue ich nicht ganz, ne, 1650 GTX von Nvidia, ja, mit 4 GB Videospeicher und vorne war auch noch ein grün beleuchteter LED-Lüfter drin. Da bin ich dann hingegangen, Grafikkarte wurde eine RX 570, Entschuldigung, 4 GB und da dachte ich, okay, der 5 5600 ist vielleicht ein Stück zu gut. Also das geht zwar auch, aber ich habe noch einen Ryzen 5 1600X, ja, und den habe ich dann da drin verbaut. Ein Mainboard ist ein etwas anderes, da habe ich mir dann das Umbau der CPU gespart, also ist das egal. Der Arbeitsspeicher wurde selbstverständlich 16 GB im Dual Channel, damit der Ryzen auch vernünftig arbeitet und ja, das war es soweit. SSD ist drin geblieben, ich glaube, ich habe noch eine 1 TB Platte dazu gepackt, oder? Ich weiß es gerade aus dem Kopf nicht und das Netzteil habe ich gegen anderes vernünftiges 500 Watt Netzteil ersetzt. Die 1650, die würde ich dann mit irgendetwas schlechterem paaren, irgendwie die 5 aus der 7. oder 8. Generation, irgendwie sowas oder kurz davor. Aber ich habe da, glaube ich, noch einen i5 6500 oder sowas, da würde ich sagen, passt das wohl besser, zumal man da auch eine RX 570 nehmen kann. Ja, aber ich habe mich jetzt eben dafür entschieden. Ihr könnt ja gerne kommentieren, was ihr davon meint, ob das jetzt sinnvoll war oder nicht, weil ich mir den neueren Ryzen für eine bessere Grafikkarte quasi aufsparen möchte, wenn man so will. Ich hätte gerne noch das Mainboard gegen etwas Besseres ersetzt, aber etwas Passendes habe ich nicht hier. Ich habe nur wirklich so High-End-Dinger oder Low-End. Und so Mittelklasse hätte da wohl besser reingepasst, aber das wird auch so jetzt klappen, ja. Und wenn nicht, Garantie, muss ich ja eh geben, also von daher ist das egal. Ja, dann lasst mich mal gerne wissen, was ihr davon haltet. Ich denke, das Video wird in anderthalb Stunden online kommen. Ich wünsche euch somit ein schönes Wochenende, einen schönen Resttag. Ich habe mich extra beeilt, dass das Video jetzt fertig wird. Ja, weil ich gestern das nicht mehr geschafft habe, weil gestern eigentlich ein Video kommen sollte. Aber man kennt mich ja, das passiert immer mal wieder ein bisschen hier und da in Hektik. Wir sehen uns zunächst wieder oder hören uns zunächst wieder. Und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten. Ciao, ciao.